Toll. Tolle Gieste. Das hat mich nicht genommen. Woher bitte? Äh. Ach so. Das ist die rote Flaschbohr. Wann kommt denn das nächste Minigame? Ja, das frage ich mich halt auch die ganze Zeit. Sie sind so, verpasst mich wieder was. Oh no. Wo komme ich hin jetzt da drüber? Indem ich das Ding drehe. Hier ist auch noch was. Ich glaube, man kann da rein. Wait for it. Red. Ich muss gucken, was da ist. Nix, dein Tod. Ah, da. Das muss ich ziehen. Zieh. Warte mal. Jetzt gehst du da hoch. Machst rechts die Wand auf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Toll, wie du cheaten kannst. Toll. Oh, hier hast du einen. Toll. Der war auch richtig nötig. Oh mein Gott. Trotzdem fand es nicht gut. Ich war denn nötig. Oh. Okay. Clody, schau! Eine Kabin! Oh, ja! Schau, Schau! Schaff ich das? Weiß nicht. Oder wie soll das gehen? Nee. Da bin ich gespannt, wie er euch schlagt. Hä? Ich bin verwirrt. Okay, warte. Hier, pass auf, guck mal. Stell du dich mal... Nee, pass auf. Stell dich mal bitte hier hin. Ja, und jetzt übernimmst du den. Ah. So, jetzt geh ich vorbei. Ich seh. Dann kannst du dich darüber... Achso. Das ist ein Woh. Ha! Yes! Die Kabin, wo Rosi gezeugt wurde. Oh. Okay. Check this out! Our old skate here. Put them on. I don't think we've been skating since we were here. I know. I don't know why I love skating. Me too. Oh. Look, Cody. Our winter clothes. Here you go. Willst du ein Zufall? Oh nein. Willst du ein Zufall? Willst du ein Zufall? Oh nein. Oh nein. I like it here. Was it is cozy when we were here? Yeah. Yeah. It's just... Just like I remember it. You wanna... You wanna hang out here for a while? Knicknack? Yeah. Knicknack? Knicknack so. I know. Come on. Holzpuppenknicknack? Where are you going? Ich bin Marshal. Du bist das Leben. To the bottom. Ich war früher voll oft Eislaufen. Ich nicht. Deswegen mag ich's wahrscheinlich. Ich sie so oft machen konnte. Wo ist's? Ja, 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 ja. I must have been a hockeypro in a previous life. Ja, 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 ja. Wie hast du das gemacht? Was? Mit dem Vollmann. Ich hab's doch von alleine gemacht. Ich meine, der ist halt cool. Boah, bin er links. Wuhu. Was ist das? Ich jeetle einfach nur. Aber wenn ich jeetle, dann macht die das alles so mit einem... ...Bank. I don't get it. Ich booste immer über die... Also ich spamme die ganze Zeit Boost. Wenn ich das mache, dann sieht das so doof aus. Da, hast du dich gedreht. Oh. Oh, Moment. Du hast keine Kante mehr. Das geht nicht mehr. Oh, 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 oh. Sie warst nicht getrollert. Muah. Muah. Ich hab bestimmt 50 Minigames verpasst. Christoph. Ich war früher jeden Freitag Eis laufen. Und Samstag. Nee, Samstag eher. Weil meine Mutter da gearbeitet hat und ich gratis reinkonnte. Was ist passiert hier? Es war so busy. Ich weiß. Wo ist jeder? Ja. Wo sind sie? Ich bin hier. wieder Eis laufen. Das ist Wuschi. Ich nehme jetzt Shichu an, ist das Wasser oder ist das Eis? Ah, man kriegt sofort an. Immer wenn ich in der Luft puste, drehst du dich. Jetzt hat sie es raus. Hätte ich da drauf gemusst? Nee, guck mal da drunter. Achso, oh fuck. Brauch hier ne Wand. Ja, das ist schwer. Ja. Pfft, she fucked up. Leute, sie. Oh, äh, ähm. Oh, oh, oh. Was ist der Fett? Okay. Der einer hat einen riesigen Zylinder. Oh, die sind bouncy. Oh, the town looks like how I remember it now. Hier ist aber bestimmt irgendwo ein Minigame. Bounce. Wir müssen das Minigame suchen. Wo ist das Minigame? Wo ist es? In so Ecken ist immer Minigame. Kann aber nicht in die Häuser rein. Vielleicht auch erst im nächsten Screen. Bounce, bounce, bounce. H lähm, bounce, bounce. Er rollt da. Aha. Bestimmt hier. Guck mal, wie hübsch das hier ist. Hier ist bestimmt ein Minigame. Ob es Schlittschuhlauf ein Minigame ist. Lu direkt so, Niau, abzuschlaufen. In real life würde es nie so abgehen. Ich hingegen hatte schon extra die guten Schlittschuhe, die man nicht schleifen musste. Oh, jetzt bin ich da rüber. Ich habe denen nicht zugehört. Was haben die gerade erzählt? Ich habe Schneemänner kaputt gemacht. Oh. Hast du ein Minigame gefunden? Nö. Ich habe Haken gefunden. Die Sache hat einen Haken. Wo ist Lung? Wo ist Lung? Lass mich mal stehen. Hast du einen Schneeball? Überall. Oh. Wo hast du den Schneeball? Oh. Die Auto-Aimen. Oh. Here it comes. Oh. Oh nein, sie hat auf. Ich muss weg. Wie geht das? Hä? Hä? Kannst du die nicht nehmen? Ich kann die nicht nehmen. Achso. Achso, du musst dann Schulterstasse zum Aimen und die andere zum Werfen. Ich weiß nicht, was wir... Oh. 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 Nein. Oh. 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 Wo hietest du denn hin? Wo hietest du denn hin? Wo hietest du denn hin? Ah! 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 Wie hietest! Ah! 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 Oh nein! So ein Minigame wäre nice, wo man sich mit Schneefällen... Aber ohne, dass man sieht, wo man ist. Mach nix! Ist das ne Half-Pipe? Oh mein Gott, das ist ne Half-Pipe. Oh, was ist das? Achso. Ich glaub wir müssen das Eis schmelzen. Kann man da? Kann man hier? Ja, man kann, aber wir müssen erst das Eis schmelzen. Guck mal da! Was ist das denn? Es ist noch eingefroren alles. Wir müssen es auftauen, dann sind unsere Minigames auch aufgetaut. Dann gehen wir mal zu den Firmen. Er ist zum Rechten oder zu dem bei dir? Okay, bei dir. Ja, bei dir. Ich wollt grad die leyfrauben. Kommi! Wir haben schon... Ey! Ey! Ich häng in der Wand. Siehst du was du mit mir tust? Aua. Du hast auch welche. Ich glaub ich welche. Unglaublich. Ich komm nicht hoch! Bist du da hochgekommen? Skill. Ich nicht. Ich weiß. Tima! Perfekt, Platte. Schreib da. Achso. Ich glaub du musst dich da vorne dranhängen und dann schieb ich dich da rüber oder? Ja, ja, warte. Erstmal wieder hochkommen. Hier ist auch ne Wand, ne? Ja, achso, da ist ne tiefere Wand. Der ist außer Atem. Mach. Stille. Stille! Ups. Oh, ich hab das lässt los, wenn ich... Oh, was? Das lässt los, wenn ich renne. Hm. Jetzt? Oh. Achso. Reh jetzt? Ja. Hörst du Leuchten? Jetzt ist die Seite der Stadt aufgetaunt. Pancakes! Pancakes! Oh. Schlittenfall. Mach schon mal Minigame-Eröffnung auf. Wir wissen doch nicht das Minigame. So ist es fair für jeden. Oh! Schauke. Ui! Ui. Ui. Oh. Komisch. Kann ich machen, dass ich den Überschlag mache? Oh. 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 Kann ich den richtig abschießen? Ich will den Überschlag machen. Ich will auch, dass der hier... Ich will, dass der hier stirbt. Oh. Das krieg ich aber nicht. Oh. Dem kann ich das, weil das blau ist. Oh! Oh! Ah! Ui. Überschlag! Du musst dir mal einen Überschlag machen lassen. Klein hier. Muss ich das? Ja. Wieso? Fein! Alleine kann man mit dem Schlitten nicht fahren. Das ist langweilig. Oh! Ich komme jetzt zu dir und lasse den Überschlag machen. Oh noo. Puh! Du kannst dich auch da draufsetzen und dann kann ich dich gut übersteigen lassen. Du so. Oh, da drauf. Joink. Hey. Hey. Oh Gott, das wird immer schneller. So rückwärts, Dude. Komm. Achievement. Er ist geflogen. Oh mein Gott. Ich hab dich gesehen. Wo? Du bist gestorben. Ich bin gestorben, jetzt bin ich unsichtbar. Hilfe. Oh, da bin ich. Komm mal mit, dann können wir den anderen bestimmt auch weggeben. Okay. Einer muss den hier schieben, also... Oh. Ja, nice. Und du musst ihn ziehen. Aber wie? Wenn er zu dir kommt... Lass ich den auf mich... Ja, genau. Der bleibt in der Linie, der zieht ja nicht zu dir. Und ich muss ihn wegdrücken. Und dann musst du wieder ziehen. Wie kommst du es nicht hin? Wait. Das geht nicht. Kannst doch da oben stehen, oder? Kannst doch hier stehen, theoretisch, oder? Ja, hier könntest du... Also hier könntest du stehen. Ich muss Reichweite. Doch, doch. Das reicht. Nicht ziehen! Lass sie ziehen, wenn der dann zurückkommt von meinem Schieber. So. Das ist irgendwie... Ja, warte. Der wollte jetzt erst mal Schwung. Will nicht. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Oh. 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 Kannst du nicht steepen? Oh. Das mache er ganz hoch. Glaub der fliegt nicht. Machst du die oder mach die automatisch? Machst du die oder mach die automatisch? Oh mein Gott. Jetzt ich. Ich glaub das war's. Okay, ich hab mir gezeigt. Oh Gott. Oh Gott, wie sich das dreht. Oh nein, nicht den Schlitten. Yeah. Okay. Guck mal, jetzt fallen die hier auf die Schuhe. Schildkröti. Warte, ich rette dich. Die ist auf Eis. Die muss hier runter. Wir müssen Schildkrötis retten. Was? Die ist auf Eis. Die muss hier runter. Die müssen zu Mami. Oh nein. Hier, hier ist noch eine. Komm her. Die muss du holen. Oder ich schieb sie. Auch okay. Äh, du musst sie holen. Ich töte gerade eine. Lale. Was tust du? Sie stirbt gleich. Wieso tust du das? Tschüss Kröti. Tschüss. Tja. Was? Lale. Stepte gerade es takes two. Hat sie ein Achievement zum holen, oder was? Hier, hol mal, hole mal die rote. Ich hol die blaue. Ich hab da die blaue geholt. Einen noch. Einen noch. Oh, da ist aber ein Big Boy. Bestimmt noch mehr auf Eis. Mein Controller hat sich disconnected. Ah, nein. Hallo, Controller. Hilfe. Ist das die letzte Trick? Fressen. Oh, ich hab mit dir mitfahren. Oh. Aha. I'm in. Hallo, Controller? Ich werde nie verstehen, warum der sich zuschließt ist. Ich hab den geupdatet und alles. Versteh's nicht? Und ja, ich kann meinen Controller updaten. Der hat die neueste Firmware drauf. So fancy. Ich seh' keine Bildkmalte mehr. Aber die muss doch auf Eis sein, oder? Theoretisch. Wie so viel Grütensuchkommando. Das ist keine. Muss es ne rote sein. Muss es ne rote sein? Ne, es sind zwei blaue da und eine rote. Da sind die eins. Ist auch ne rote. What the fuck? Nice. Was ist hier los? Wait, you're my chill. Oh, man. Does this feel good? Oh, nein. I deserve this. I've been good. You're not great. Good enough. Oh, a chance to chill out. Thank you. This is where we hung out last time, too. Remember? You're right? Oh, I love these chairs. Hmm. I can feel the sun warming my face. Oh, if I could do this every day, what'd be heaven. Währenddessen will eine Schüttbrüte. Oh, wir haben hier einen Moment gehabt. We had a moment. Da gehst du einfach. Ich hab da oben Dinge gesehen. Hier ist noch was. Ich komme. Guck mal. Ich hab die Schüttbrüte gefunden. Das ist das Wichtige. Oh. Mensch, ich komme. Da. Hallo, Lars. Hallo. Du ziehst die falsch. Was machst du? Nein. Wo willst du hin? Ah. Was? Du hast sie die ganze Zeit in die falsche Richtung gezogen. What the fuck? Ich bin doch dabei in die Richtung. Hä? Du bist auf dem Auto mitgefahren gerade. Was? Nein, bin ich nicht. Dann war das Desing. What the fuck? Du hast sie voll in die falsche Richtung gezogen. Nein. Ich bin nicht jetzt zu der... Family is complete. Achievement. Ey. Hat sie dumm gemacht? Ja. Oh. Are you here alone, Turtle? Die machen Musik. Ich will auch. Achso. Und du wolltest mich jetzt hier flippen. Warte. Wo war das? Da oben. Bei den Liegen. Wo bin ich denn da hoch? Von unten dran. Oh. Oh, hier ist es hoch? Oh. Ich bin da. Ich bin da. Zieh es. Du kannst es auch ziehen. Warte. Los. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Oh. Ach, verdammt. Kann man bestimmt irgendwo Ort damit erreichen. Ich komme zurück und wir schießen dich. Ich kann auch in die Richtung schießen. Das ist wahrscheinlich eher so. Ich bin da so hochgekommen. Ich bin da so hochgekommen. Hey. Hier, komm. Oh. Moment. Können Sie bitte keine Schneebälle mitnehmen? Ich komme da nicht dran. Komm da nicht dran. Okay, lass die zweite Leute Glocken. Was? Ja, erst geht der jetzt auf. Ja, ja, ja. Die Kanone auch. Mit der kann man sich bestimmt hochschießen. Ja, ja. Oh. Oh. Ähm, Mist. Nein. Oh. Ich fand, Thompson. Da. The big wheel's turning. Da musst du dich aber hochkriegen. Das stoße ich ab. Du musst dich dran ziehen. Ach so. Oh. Ah. Komm ich jetzt da auch? Ach so, warte. Ich seh was. Ist da ein blaues? Hm. Das bringt's zu mir. Äh. Komm, ein bisschen. Das ist nicht einfach. Warte. Äh. Das passt schon. Musst du's drehen. Äh. Oh no. Oh no. Oh no. Äh. Weiter, 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 weiter. Okay. Zurück. Okay, stopp. Weiter, 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 weiter. Stopp. Uh. Bin da. Da musst du ziehen. Oh. Oh. Warte. Wuster ist auf. Ja, okay. Schreib mir die an. Wuster ist auf. Okay. Hey, warte. So. Das ist Lus Traumwelt hier. Ja. Eine Schneekirmes. Es gibt nichts Schöneres für Lu. Lu will da jetzt hin. Ja. Aber nur wenn die Musik so bleibt. Schau mal, Karussell. Hey, Karussell. Ich hab mich auch gebrannt. Schneller. Können wir noch eine Runde rückwärts? Und eine Runde rückwärts. Warte. Oh. Oh Gott, wir zerreißen sie. Ich kann mich umdrehen. Jetzt zerreißen sie. Jetzt zerreißen. Gab das ein Achievement oder so? Nee, das gab gar nichts. Das gab. What the fuck guckt ihr hier? Yay. Schneller. Ich bin da schneller. Wenn ich pushe, geht's schneller. Aber es geht nicht gut. Ach, helfe. Hilfe. Das geht nicht schneller. Ich will's aber schneller. Hier, die können wir richtig wegjieten. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ah. Oh. Oh. Oh Gott, das ist schrecklich, weil ich will immer das andere Ding. Oh Gott. Oh. 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 Perfekt. So, warte, warte. Okay, perfekt. Bin oben. Möchtest du auch hoch? Du kannst ganz schnell drehen, aber es ist so schwierig. Ich kann das von dir nicht drehen. Du musst das Timing richtig machen. Ich kann auch nicht. Weiter nach hinten stellen. Ja, 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 ja. Kannst dich aber auch theoretisch selber hochfahren. Ich kann aber auch nicht ziehen. Ich komme nicht rein. Hier kann man rutschen. Rutschen! Eeeh! Und zur Kanone. Weeeeee! Oh Gott. Okay. Ah! Hey! Hey! It's an aquarium! What? Oh Gott! Hey! Hä? Let it snow! Achso, es schneit dann. Ah, okay. Ich hab irgendwie gehofft, dass es kaputt geht. Ob das hier Mr. Scrooge ist? Bounce. 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 Ich hab noch kein Minigame gefunden. Die müssen aber Minigames sein. Ich kann bouncen. Ich kann bouncen. Ich hab noch einen vor, um zu öffnen. Oh. Hier ist eine Snowball Arena. Das wird ein Minigame sein. Ich bin schon auf dem Weg zum Turm. Oh fuck. Hier kommt man da rüber. Ah, da. Ich hab da vorne eigentlich auch noch was gesehen gehabt. Aber das... Weiß nicht mehr, wo das war. Was das denn heißen? Hat er so unterwegs gemacht? Och, du so! Oh. Was ist das? Katapult? Oh. 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 Äh. 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 Äh, Äh. Wo willst du hin? Äh, aber das geht nicht, weil das zu gut ist. Da ziehst du dich an. vielleicht ist es erst aktiv wenn ich los aber wohin aber ich kann das hier nur an die wand das kann auch du musst die abstände muss ich vielleicht doch warte 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 Ich bin der Magneten-Master. Was ist denn da oben? Wie viel hast du? Ja unendlich. Achso. Was machst du? Könntest du bitte nicht sterben? Danke. Wie viele hast du, fragt sie. Oh, die machen Schneeengel. Du bist sowas von drin in der Welt. Du findest, Schneeengel selber machen Scheiße, wenn du das hier machst. Ja, das ist ja Scheiße. Oh, die Eulis haben jetzt hackt. Oh. Und jetzt? Ich weiß nicht, ich kann im Kreis fliegen. Er fliegt. Hier, das ist offen, die Snowball-Arena. Let's go. Schaufel hier. Ich weiß nicht, warum du bist. Oh, ich fliege gerade weg. See ya. Oh, die Express. Uptidu. Tick! Snowballs! Oh, nein. Tick! 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 Tick!